Heute müssen wir mal über ein ernstes Thema reden. Was kannst du tun, wenn du deinen Abschluss nicht geschafft hast? Ich weiß, darüber denkt man nicht gerne nach, aber dem müssen sich immer wieder Leute stellen. Ich bin Oliver von den Ernstnecks und wir müssen heute über das Thema reden, was passiert, wenn du deinen Abschluss nicht geschafft hast. Das kann die ZAP sein, die zentrale Prüfung, der mittlere Schulabschluss, der Hauptschulabschluss. Das kann das Abitur sein, die Berufsausbildung, das Studium. Es kann auch das Schuljahr sein. Also im Prinzip jede Prüfung, die du gemacht hast. Und es passiert immer wieder, dass Leute nicht das schaffen, was sie schaffen wollten oder einfach das Ziel nicht erreicht haben. Zuallererst bewahre Ruhe. Es passiert jedem Mal, dass man eine Prüfung nicht schafft. Es kann jedem passieren, dass er mal vor so einem Haufen Scherben steht und sich denkt, wie soll ich das nur schaffen? Aber ich kann dir versprechen, es gibt auch immer wieder Leute, die genau das dann trotzdem schaffen. Und eine nicht bestandene Prüfung bietet auch oft die Möglichkeit, dass du dich dann verbessern kannst. Ich habe in einem anderen Video schon erzählt, ich musste auch mal eine Nachprüfung machen. Ich war in dem Schuljahr in Mathe nicht gut und ich musste nochmal nacharbeiten. Ich habe überlegt, was kann ich tun? Am Ende habe ich meine Lücken aufgearbeitet, bin dann in die Oberstufe gekommen, habe mein Abi gemacht, habe studiert und bin jetzt heute hier. Es gibt immer einen Weg. Man muss es nur wollen. Deshalb am Anfang Ruhe bewahren und nicht direkt sagen, oh toll, jetzt ist alles vorbei. Nein, es gibt immer einen Weg. Dafür kannst du dich beraten lassen. Deine Lehrerinnen und Lehrer, das Prüfungsamt, deine Ausbilder, dein Ausbildungsbetrieb, die sind alle dafür da, um dir auch zu helfen, wenn es mal nicht geklappt hat. Und es gibt die Agentur für Arbeit. Es gibt verschiedene Stellen, wo du dich hinwenden kannst. Lass dich beraten. Sprich mit Menschen, denen es auch so ging. Such dir Informationen. Such dir jemanden, der dir sagen kann, welche Möglichkeiten du hast, was deine Bandbreite ist. Guck, ob du irgendwas machen kannst. Vielleicht kannst du eine Nachprüfung machen. Vielleicht sind deine Leistungen nicht so schlecht gewesen, dass du nicht die Möglichkeit hast, die in einem oder in zwei Fächern zu verbessern. Vielleicht musst du das gesamte Schuljahr wiederholen oder den gesamten Prüfungsprozess nochmal wiederholen. Aber vielleicht hast du dann die Möglichkeit, damit auch deinen Abschluss zu schaffen. Lass dir auch deine Erfolgsaussichten erklären. Es kann natürlich sein, dass dir gesagt wird, naja, du könntest das theoretisch schaffen. Und dann gibst du dir auch richtig viel Mühe. Aber ich sehe das oft bei Leuten, die die FORQ bekommen, die die Quali bekommen. Die haben sie so gerade geschafft. Und ja, dann hat man gerade die Quali geschafft. Und dann denkt man sich, oh ja, ich gehe jetzt in die Oberstufe. Das hilft aber nicht jedem weiter. Man sollte immer überlegen, was möchte ich wirklich tun? Und vielleicht brauchst du einen Plan B. Okay, wenn du nicht immer der beste Schüler warst, wenn du nicht immer der fleißigste Schüler warst, wenn dir Schule nicht immer Spaß gemacht hat und du bekommst die Quali, willst du dann wirklich weitergehen? Jetzt sagst du vielleicht, ja, ich möchte aber gerne Medizin studieren. Es gibt auch immer noch einen Plan B. Dein Plan B könnte zum Beispiel sein, wenn du Medizin studieren möchtest, dass du hingehst und eine Ausbildung machst. Du kannst mit einer MFA-Ausbildung, mit einer Notfallsanitäter-Ausbildung im Rettungsdienst, mit diversen anderen Ausbildungen, kannst du danach Medizin studieren. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Vielleicht kannst du auch die Schule wechseln. In Nordrhein-Westfalen gibt es die Möglichkeit, an einem Berufskolleg manche Abschlüsse nachzumachen. Und dafür brauchst du dann bestimmte Voraussetzungen nicht zu erfüllen. Kann für manche auch was sein. Und du kriegst halt eben auch schon mal einen Einblick in berufliche Ausbildungsbereiche. Und wenn du schon studierst, kann natürlich auch ein Studiengangswechsel möglicherweise für dich interessant sein. Also sagen wir mal, du hast die erste Prüfung nicht geschafft. Du kannst dann sagen, ich nehme das, was ich schon habe und lass mir das für einen anderen Studiengang anrechnen. Es gibt immer, egal von Hauptschule bis Studium, immer einen Plan B. Und den kannst du finden mit der richtigen Information, mit der richtigen Beratung. Das Wichtigste finde ich ist, dass du die Zeit nutzt. Also das heißt, wenn du weißt, ich gehe in eine Nachprüfung, dann hast du sechs Wochen Zeit. Nutz diese Zeit. Wenn du weißt, ich habe eine Abweichprüfung, dann nutz diese Zeit. Das sind dann halt eben nur wenige Tage. Aber dann nutz die Zeit auch und sag nicht, ich schaffe das ja eh nicht, ich schaffe das ja eh nicht. Wenn du dich dafür anmeldest, dann nutz diese Zeit wirklich intensiv. Und wenn du weißt, ich muss jetzt nochmal das Jahr wiederholen, dann erhole dich ein bisschen in den Ferien und geh nochmal hin und sag, okay, jetzt im nächsten Schuljahr gebe ich richtig Gas. Und nehmen wir mal an, du sagst, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf Schule und ich habe jetzt nochmal zu meiner Ausbildung drei Monate Zeit oder vier Monate Zeit. Dann nutz auch diese Zeit. Mach vielleicht ein Praktikum. Lern nochmal das, was du nicht gelernt hast, nach. Weil du kannst davon ausgehen, dass es in anderen Bereichen auch wieder vorkommen wird. Ich von den LernSnacks bin in allen Lebenslagen, die was mit Prüfungen zu tun haben, mit Prüfungsvorbereitungen, mit Klausuren, immer für dich da. Ich versuche deine Fragen zu beantworten in den Videos. Und ja, wenn du mir eine stellen möchtest, dann natürlich auch gerne hier hin. Wie gesagt, das Wichtigste ist, Ohren steif halten und nicht aufgeben. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Prüfungen, bei deinem Weg, egal in welche Richtung er geht. Und ja, vielleicht kennst du jemanden, dem dieses Video helfen könnte, dann teile das auch gerne. Ansonsten, auch wenn es kein schönes Thema war, freue ich mich natürlich trotzdem immer einen Daumen, dass dir das Video gefallen hat und vielleicht weitergeholfen hat. Ich hoffe, wir sehen uns unter besseren Umständen wieder. Das war Oliver von den LernSnacks. Mach's gut. 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 Mach's gut.